Also meine Gemeinde in Remscheid, meine Freaks-Gemeinde, ist für mich auf jeden Fall meine Familie, weil ich sehr viel Zeit mit denen verbringe, die kennen mich so gut wie niemand sonst und wir sind füreinander, denke ich, die wichtigsten Menschen, so die wichtigsten Beziehungen außer der Familie, die man direkt hat und deshalb ist für mich der Familienaspekt von Gemeinde sehr, sehr wichtig.